Geht's heute Nachmittag noch nach Königsbrunn? Mhm Carla hat mich darum gebeten, sie braucht meine Hilfe, solange Hannes noch unterwegs ist Ach, vielleicht erfährst du dort, wann Leonard zurückkommt Also langsam kommt heute das Spanisch vor Und wenn ich dich zu sehr vermisse, dann höre ich mir einfach deine Stimme an Ich liebe dich Und so wird's auch immer bleiben Und ich liebe dich Egal was passiert Oh Schätzchen, wie lange habe ich dieses Lächeln schon vermisst? Wenn Leonard wieder da ist, ja, bekommst du das noch oft genug zu sehen Mhm 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 Mhm